Was ist das? Oder das? Oder das? Willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Die Glocke läutet, es wird Abend. Kein Problem, denn wir begeben uns eh gleich in eine Höhle. Aber vorher wollen wir noch dieses Monsterlager kleeren, sag ich immer. Ja, aber es ist eigentlich ja nur ein, wie soll man es denn überhaupt nennen? Aua. Aber guter Wurf, Bro. Konstruktenlager, nennen wir es doch so. Ich glaube, das trifft es am Ende des Tages eh viel besser. Und ich weiß nicht, was der Bro da gerade gesucht hat, aber mich hat er jedenfalls nicht gefunden. Besser so. Oh nein, die Bernsteinklinge ist kaputt gegangen. Und die hatte ja jetzt doch diesen antiken Waffen-Flair beim Kaputtgehen. Oh, Vorsicht. Der hat da wieder einige neue Tricks auf Lager. Aber auf die Bullet Time fällt da immer wieder drauf rein. Es macht voll Spaß. Ich finde die Monsterlager bisher in TOCK viel, viel cooler als in BOTW. Einfach weil du verschiedene Squats hast, die sich auch ganz anders verhalten. Es sind halt jetzt nicht nur Speer, normale Kämpfer und Distanzkämpfer am Start, sondern die nutzen halt auch eigentlich Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Wie Fuse zum Beispiel. Und ich glaube, die KI ist auch nochmal ein bisschen besser geworden, was das Werfen und so angeht oder das Aufteilen. Gut, der eine, der war ziemlich lost, der hat mich nicht gesehen. Ich habe mich aber in dem Moment auch ein bisschen... und größtenteils eher aus Zufall hinter dem Baumstamm versteckt. Das hat er halt nicht begriffen. Ja, okay. Aber... Man merkt trotzdem eine Verbesserung. So, und jetzt geht es hier in diese Höhle rein. Ich würde das Ganze nur ganz gerne mal so probieren. Geht das? Ja. Äh, nein, doch nicht. Echt jetzt? Warum? Das hat sich aber gerade bewegt. Ich meine, das Zeug würde ja da nicht ohne Grund rumliegen, oder? Die Minenhöhle. Ah, verdammt. Ich weiß warum. Dieses dumme Ding hier, das ist zu weit unten angesetzt. Ah, halt! Wie absolut dumm kann man sein. Aber gut, dann testen wir halt jetzt mal die Leuchtsamen aus. Die haben wir bislang zwar gefunden, aber noch nie Verwendungen für gehabt. Cooles Ding, auf jeden Fall. Cooles Ding. Und siehst du, so weit hätten wir eh nicht mit dem Teil fahren können. Es wird sich sicherlich noch eine Gelegenheit dafür ergeben. Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Denk schon, ja. So ein Glück, ohne Licht wärst du dort drin, nämlich nichts sehen können. Fahne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, wie etwa auch in dieser hier, zumindest theoretisch. Denn, da die Höhle so dunkel ist, haben meine Altgenossen bereits fast alle dieser wundersamen Früchte geerntet. Daher wache ich hier und erinnere jeden daran, die Höhle keinesfalls ohne einen Vorrat an Leuchtsamen zu betreten. Wenn du weitergehen willst, sorge für Licht und pass auf, wo du hintrittst. So, da kam jetzt also auch nochmal die Ansage. Ohne Leuchtsamen sind wir hier verloren. Okay, hab verstanden. Kann ich die eigentlich auch an die Decke hängen? Ja, wie cool, ey. Okay, das ist so eine neue Idee, die ich echt fühle. Was ist denn das für ein seltsamer, neuer Erzstein? Ein neues Material. Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstungen weiterverarbeitet. Oh, wirklich? Gibt es dann keine Feen mehr? Da ist ja nochmal so ein Frosch. Alter, wie random das gerade war. Und das spricht dann doch dafür, dass der wohl wirklich in den Höhlen vorkommt. Und seht ihr das da rechts? Ich hatte recht. Weiß nicht, ob das exakt das gleiche Vieh ist. Glaubt sogar nicht. Sieht leicht anders aus. Aber da muss eine Verbindung bestehen. What? Was hat es damit auf sich? Aber fühle ich. Ich fand das in BOTW ja schon ein tolles, mystisches Wesen. Und dass wir da jetzt nochmal eine Erweiterung bekommen. Wie auch immer sie ausfallen wird. Finde ich super. Vielleicht finden wir ja irgendwann einen riesigen Reitfrosch. Kann ja alles sein. Oh, da vorne ist Lava. Hätte nicht gedacht, dass ich so früh schon die Lava bewerten darf. Aber ich denke, die wird ähnlich wie in BOTW mega aussehen. So, wir wollen hier erstmal... Warte, wir nutzen mal so einen Riesenleuchtsamen. Ja, okay. Der macht auf jeden Fall seinem Namen alle Ehren. Super. Ich denke mal, man muss das sammeln und dann... Vielleicht in Goronia damit seine Waffen und Rüstung verbessern. Oder es gibt verschiedene Posten in Hyrule, wo das dann gemacht wird. Boah, das ist einfach wieder eine 10 von 10. Hab aber auch ehrlich nichts anderes erwartet. Mega. Hm. Verzeihung, ich war ganz vertieft in die Verarbeitung von Sonanium. Oh, davon hast du noch nichts gehört. Bei besagtem Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erd, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation geht die, indem sie diese Ressourcen verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphäre. Sie dient den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und dann hätten wir hier noch den Sonau-Energie-Kristall. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium-Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Sonau-Energie-Kristalle enthalten Sonau-Energie in gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Anwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Wünschst du noch eine Erklärung zu einem anderen Thema? Sonau-Energiesphären versorgen Sonau-Bauteile und uns Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um die Energie einer Batterie wieder aufzuladen. Plötzlich von mir gewonnene Materialien findest du dort im Regal. Bitte sieh dich um. Okay, also man kann auch eigene Batterien herstellen, oder was? Ich tausche jetzt einfach mal. Wie viel benötige ich? Ja, äh, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Komm, lass mal 10 mitnehmen. Weil ich hab jetzt nicht so ganz kapiert, wofür das ist. Ach, Moment. Wenn ich das tauschen will, was gebe ich ihm dann? Achso, auch die Erze. Okay, also die Erze werden für beides gebraucht. Das hier ist ja klar. Äh, das finden wir ja auch schon überall auf den Wolken. Das ist, ähm, tatsächlich, wie ich es auch schon im letzten Part vermutet hatte, ähm, zum Batterieaufladen. Während man gerade mit dem Minecart fährt, oder whatever. Aber die Energiekristalle? Die, die... Ja, zur Batterieherstellung. Aber ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Kriegt man dann noch eine weitere Batterie? Weil ich kann mich auch an einem Trailer erinnern, äh, wo... mehr als eine Batterie zu sehen war. Keine Ahnung. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdopple ich meine Mühen und schürfe und haue Gestein. So emsig ich nur kann. Ich kann dir auch helfen, Bro. Ey, ich... Wollte dir nur helfen. Wobei, warte, er schaut nicht hin. Wir nehmen das jetzt. Äh, 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 sorry. Da war nix drin, ich... Ach nö, jetzt ist er beleidigt. Naja. Jeder muss an sich denken. Außerdem bin ich der Held. Hey, wait, hier sind Kapseln. Äh, ich bitte freundlich, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Oh, wie ich sehe, führst du welche mit dir. Doch wenn du eine Erklärung benötigst, so höre. Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteil für unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Du besitzt zwar bereits welche, doch da du schon einmal hier bist, möchte ich dir einige von meinem Vorrat abgeben. Ehre! Wir haben ja schon mal eine in einer abgelegenen Truhe gefunden. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Wenn du sie schlägst, pusten sie los. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen. Deshalb halte ich immerzu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Gib gut auf sie acht und vergiss sie auch in Zukunft nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entneihung aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Achso, einmal ausgepackt sind sie verbraucht. Okay. Heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, wann wir die nutzen. Weil, ja, ist ja schon ein recht seltener Gegenstand. Und damit auch sehr wertvoll. Moment, erstmal anbringen. Aber ich möchte nochmal ganz kurz, achso, ah, das war, ah, stimmt. Das war ja ein Gleiter, was wir gefunden haben. Kein Ventilator. Alright. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich wollte nochmal zu dem Kristall. Wo ist der denn? Ah ja, hierbei, wichtiges ist es. Sonau Energie Kristall. Wird zur Erweiterung der Batteriekapazität benötigt. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ob das jemand weiterverarbeiten muss? Schaut aber nicht so aus, als könnte man es direkt verwenden, weil bei der Energiesphäre geht das ja. Ja, wie auch immer. Auf den Boden. Oh, man kann bis zu 10 Bauteile auf den Boden setzen. Habt ihr es gesehen? Ja, na toll. Mann, dreh dich. Und nicht so weit unten ansetzen, diesmal. Es darf jetzt nämlich nichts schief gehen. Okay, wir haben schon mal keine weitere Batterie. Also, damit haben die Kristalle nichts zu tun. Ich denke tatsächlich, dass die an irgendjemanden übergeben werden müssen und der baut mir dann die Batterien. Aber wer und wo? Kein Plan. Kann der mir dann nicht gleich einen Tesla bauen? Oder einen Porsche Taycan? Just asking. Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke. Beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Ja, schon cool, oder? Aber was ist das hier, Bro? Das muss ja ein Boss sein. Wird auf jeden Fall wild. Hä? Oh, ist das nicht eine dieser Kapselmaschinen, die mal in dem Trailer gezeigt wurden? Kapselspenderbetrieb bestätigt. Haltiges Kapselproduktionssor wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Wir haben das Soll fast erreicht. Du kannst ihn also ruhig verwenden. Dies ist ein Kapselspender. Er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonau-Bauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstruktörder und Sonau-Energiesphären. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Dies funktioniert ganz ähnlich wie bei einem Kochtopf. Möchtest du auch etwas über Kapseln erfahren? Kapseln sind portable und enthalten Sonau-Bauteile. Bitte beachte, dass man einen Bauteil nicht mehr in seine Kapsel zurücklegen kann, sobald das einmal entnommen wurde. Bereits mit Hilfe eines einzelnen Kapselspenders kann eine gehörige Menge Kapseln hergestellt werden. Ich empfehle, überzählige Ressourcen stets in Kapseln zu verwandeln und daraufhin bei ihr zu tragen. Oh, es ist schon spät. Die Zeitglocke hat bereits geläutet. Ich werde meine Arbeit für eine Weile einstellen, doch du kannst den Spender weiterhin wie gewohnt verwenden. Okay. Achso, ich muss es aus dem Menü rausholen. Was hat er gesagt? Wird verwendet? Das hier? Nee. Oder doch? Also, die Energies fähren definitiv, aber... Doch, er hat doch... Er hat doch von diesen Konstrukt-Hörnern gesprochen, oder bin ich dumm? Passiert auf jeden Fall was? Oh boy. Sogar was Neues. Joho! Flammenwerfer! Ein Sonau-Bauteil, das Flammen nach vorn schießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz vor Monstern konzipiert. Ja. Dafür werde ich es auch verwenden. Das. Und... Reise-Kochtopf! Dieses Sonau-Bauteil ermöglicht es dir jederzeit und überall zu kochen. Der einfache Topf ist nur einmalig zu gebrauchen. Koche damit am besten auf ebenem Untergrund. Joho! Aber es ist an sich egal, was ich rein tue, oder? Es sind halt sowohl die Konstrukt-Hörner als auch die Energiesellen kompatibel. Oh, okay! Alles klar! Doch nicht so ganz. Man bekommt für die Energiezellen deutlich mehr. Da kannst du ja richtig farmen, Alter. Das mache ich aber, wenn dann aufkämmen. Was ist das hier? Das scheint optional zu sein. Alter, wie weit ist denn dieser dritte Schrein entfernt? Das ist ja wirklich wild. Aber... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin nicht derselbe, aber ich will auch zu meinem Freund. Der ist da drüben. Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Ja, weil du faul bist! Okay, wir hatten in der letzten Folge ja exakt dasselbe. Ich muss sagen, es enttäuscht mich ein bisschen, dass dieses Rätsel-Mission jetzt so schnell wiederholt wird. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ein paar Rock-Rätsel geben wird, die etwas komplexer sind und fast schon naja, mit Missionen gleichzusetzen sind. Aber das war dann wohl einfach nur eine Einführung einer neuen Krog-Art. Es wird sicherlich jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so eine Art Krog hier finden. Aber witzigerweise ist der hier einfacher als der andere. Gut, du brauchst halt die Kapseln für, aber das wird ja wohl jeder hinkriegen, eine so eine Ventilator-Kapsel zu bekommen. Ja, ich wollte es jetzt extra vermeiden, dass wir hier so ein Problem haben. Aber dann dreh ich mich halt ein bisschen und dann passt das. Äh. Ich weiß nicht, warum der noch lebt. Komm raus da jetzt. Oder warte, wir nehmen gleich den ganzen Waggon raus, dann kann ich's schief gehen. Zack, zack, zack. Und weg mit dir. Aber krass, ne? Eigentlich ist diese Fähigkeit ja eine Weiterentwicklung des Magneten. Und das sehr, sehr gut. Danke, dass du mir meinen Freund gebracht hast. Erneut! Zwei Croc-Samen! Und damit sind wir erstmals zweistellig! Ob das jetzt ein Grund zum Hypen ist? Ich weiß nicht. Übrigens, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass die Croc-Samen genauso funktionieren wie in BOTW. Also, irgendwo wird wahrscheinlich wieder Maronus sein. Der wurde ja auch schon von denen gemenschen. Dann gibst du dem die Samen und dann kannst du halt mehr Waffen, Schilde, Bogen, whatever tragen. Also, darauf wird's mit Sicherheit hinauslaufen. Ob darüber hinaus noch was Neues hinzugefügt wurde, werden wir sehen. Vielleicht mehr Kapseln tragen oder so. Weil, ja, es gab halt schon das Bedenken, so rum. Ich hab halt schon die Bedenken, dass das, äh, naja, wieder so sein wird wie in BOTW, dass du halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber, lass es von mir aus großzügig 500 sein. Ich glaube, es waren viel, viel weniger, aber mit 500 hattest du halt schon die volle Tasche. Ich glaube, wirklich, es waren viel, viel weniger. Und, das muss hier in TOCK deutlich besser gebalanced sein. Oh, das ist ja kaputt hier! What the f... Okay. Ja, moin. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem, was ist denn dann da? Das markieren wir uns mal mit, ähm, ähm, äh, 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 ohne das Parasegel. Du kannst halt nicht so viele Risiken eingehen. Ich fände es echt geil, wenn es einen optionalen Modus gäbe, ohne Parasegel, aber ich weiß nicht, ob das spielerisch möglich ist. Oder du, du, du machst es halt verfügbar, an Stellen, wo es nicht anders geht. Äh, aber sonst so, im normalen Gameplay bleibt es optional. Oh, wir könnten schon zu diesem Roboter gehen, aber ich glaube, das ist eine echt dumme Idee. Lass lieber erst mal abwarten, bis wir, äh, mehr Power haben. Ich habe ein echt blödes Gefühl bei dem Dude. Zumindest die letzte Fähigkeit will ich mal abwarten. Ich habe zwar eine Vermutung, was es sein könnte, aber sicher sein kann ich mir natürlich nicht. Ach, und weil wir noch kein Chickenfleisch haben, ändern wir das mal. Geflügel. Lecker, lecker. Und dann rüsten wir uns mal einen Konstruktbogen aus. Das ist der Stärkste, den wir haben. Erneut, eine neue Höhle. Die Grubenhöhle. Oh, hier ist ein Secret. Oder seine Vorräte. Weiß es nicht. Ich werde mich trotzdem bedienen. Erzeih die Störung, aber auf dem verschneiten Berg vor uns ist es ausgesprochen kalt. Wer ihn unvorbereitet erklären will, verliert rasch an Körperkraft und mag sogar sein Leben lassen. Sag, wie steht es um deinen Kälteschutz? Ach, alles okay? Ja, ich würde schon sagen. Wir können natürlich jetzt vorsichtshalber nochmal ein Gericht kochen. Mit dem Geflügel am besten, dann haben wir das nämlich gleich mal verbraten. aber im Prinzip hab ich genug. Was haben wir denn hier? Okay, jede Menge dieser Leuchtsamen, aber ich sag mal so, es gab jetzt eine kurze dunkle Passage, ja, aber so viele hätte ich gar nicht verbrauchen können. Immer gut umgucken. Ja, damit ist es eigentlich relativ safe. Diese Frösche kommen immer in den Höhlen vor. Sterben anscheinend auch immer mit zwei Schlägen. Ist es eigentlich möglich, dieses Viech zu treffen? Ah ja, doch, mit einer bestimmten Fähigkeit, die wir irgendwann noch bekommen werden, die auch schon bekannt ist, also. Nennen wir sie beim Namen Zeitumkehr. Damit müsste es gehen. Vielleicht kriegen wir die auch als nächstes. Weiß es nicht. Was denn hier noch so super verstecktes Alter, wie crazy. Oder geht das jetzt in dem normalen Höhlenteil über? Ja, doch. Ja, ja, hier ist der Ausgang. Ja, das kann man natürlich übersehen, aber wir haben sowohl den einen als auch den anderen Weg gefunden. Wie es sich für 100% Spier gehört. Und hier scheint jetzt der Berg des Eises zu beginnen. Jo, Tatsache. Schade, zum Schreien kommen wir aber auf jeden Fall nicht mehr. Alright, dann wärm dich auf. Kleidungsmäßig hat das ja jetzt nicht hingehauen, aber oh lol. Das hab ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Auch diese Rätsel sind wieder mit am Start. Diesmal sogar mit mehreren Steinen, die man bewegen kann. Das heißt, es wird noch komplexer, oder was? Warte, das müssen wir einmal drehen. Ja, macht Sinn, weil du kannst ja im Gegensatz zu BOTW jetzt ein großes Objekt heben und nicht nur einen Stein. Also ich glaube, dass diese Rätsel jetzt nochmal um einiges schwieriger werden. Boah, was eine coole Aussicht, oder? Allerdings sind diese Wasserfälle auch irgendwie weird, weil die fließen nämlich nicht ganz nach unten, habe ich gesehen. die hören einfach irgendwann auf. Also das Wasser verschwindet dann. Keine Ahnung, man. Diese Wolkeninseln sind einfach nur mega mysteriös. Mega, mega mysteriös. Was ist das denn? Ist da gleich der nächste Krop? Ich habe so eine Pusteblube noch nie gesehen. ja, safe. Oh, what? Was? Wie schwer ist das denn zu treffen? Hä? Was? Ich habe es doch gerade getroffen. Der Pfeil ist daran abgeprallt. Geht das irgendwie anders? Da ist so ein bestimmtes Zeichen drauf. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Muss ich das abfackeln? Ja, das kapiere ich nicht. Ähm. Könnt mir gerne in die Kommentare posten, wenn ihr da was rausgefunden habt. Ich bin mir fast sicher, dass es ein Krok ist, aber ich weiß nicht, was man hier machen muss. Kein Plan. Ich bin der Meinung, dass ich den Samen getroffen habe, aber der Pfeil ist dran abgeprallt. Was anderes fällt mir jetzt halt nicht ein. Oh. Wir sind auch mit am Start. So sind die auf jeden Fall wanted KO. Und wir können das rote Schleimgelee auch als Feuerpfeilersatz nutzen. Soweit ich weiß. Und die Eisgelee ist logischerweise für Eispfeile. Aber jetzt werden wir hier erst einmal rasten. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal bei Zelda TOTK. TOTK.